Moin Moin und willkommen auf dem Kanal der Unlucky Nerds. Ich bin euer Kampfschmuzer und ich begrüße euch zu diesem Unboxing. Und was packen wir Nettes aus? Ja, ihr seht es schon, es ist die AvaMedia Live Gamer Portable. Und zwar habe ich mir diese vor knapp anderthalb Monaten geholt und nehme seitdem meine Gameplays, die ich für euch hier auf YouTube aufnehme, mit diesem Gerät auf, mit dieser Capture-Möglichkeit. Also wer nicht weiß, was das Gerät kann, also mit diesem Gerät ist es halt einfach möglich, zum Beispiel von der Playstation 3, von der Xbox oder auch jetzt halt zukünftig über die Playstation 4 oder Xbox One oder auch den PC, die Gameplays, die ihr erspielt, gleichzeitig aufzunehmen. Dieses macht dieser kleiner Kasten und ja, da bisher, äh Quatsch, Mann, bisher habe ich dafür die Haupauk HD-PVR genutzt. Und ja, über zwei Jahre lang hat die bei mir einen wirklich sehr, sehr guten Dienst gemacht und ich war sehr zufrieden mit diesem Gerät. Allerdings jetzt für die Zukunft möchte ich natürlich auch zum Beispiel die Playstation 4 aufnehmen. Und das kann ich einfach mit der HD-PVR nicht mehr, weil die nur über einen Komponenteneingang verfügt. Und dementsprechend musste einfach ein neues Capture-Gerät her und dort habe ich mich halt für die AvaMedia Portable entschieden. Hauptsächlich auch deswegen, weil ich auch in Zukunft Material auf dem PC capturen möchte. Und auch dieses kann die AvaMedia wirklich sehr, sehr gut. Ja, während ich im Hintergrund hier noch versuche, ähm, ja, den Karton weiter zu entleeren und an die, ja, nächstfolgenden Teile ranzukommen, kann ich ja noch kurz erzählen, was dieses Gerät kann von den Leistungsdaten her. Also mit diesem Gerät kann man halt alle möglichen, ähm, Aufnahmequellen aufnehmen. In einer maximalen Qualität von 1080p mit 60 Mbit Aufnahmequalität. Und das ist schon wirklich extrem viel und, ähm, ja, in den meisten Fällen gar nicht nötig. Vor allem, wenn man die Gameplays für YouTube aufnimmt, weil diese später dann eh von YouTube nochmal runter komprimiert werden. Aber, ähm, naja, sie kann es und, äh, darüber wollen wir uns natürlich nicht beschweren. Und in diesem kleinen Karton packe ich dann hier auch schon aus die ganzen Kabel, die mitgeliefert worden sind. Und da muss man mal einen Lob machen, es ist wirklich alles dabei, was man braucht. Wenn man, ähm, ja, die Grundausstattung natürlich hat, wie einen PC oder halt dementsprechend die Playstation und so weiter. Sprich, wenn ihr bei die Playstation aufnehmen wollt, ist dann dementsprechend das Playstation-Kabel natürlich dabei. Wenn ihr, ähm, über HDMI aufnehmen wollt, ist ein HDMI-Kabel natürlich dabei. Es ist ein Audio-Kabel dabei. Hier zeige ich euch gerade die Tasche, die auch dabei ist, denn es ist schließlich ein portables Gerät. Sprich, ähm, es ist dafür auch ausgelegt, dieses Gerät einfach mal in die Tasche mitzuschleppen. Und zum Beispiel zum Freund zu gehen, dort das Gerät anzuschließen, weil das Gerät braucht zum Aufnehmen keinen PC. Nein, es kann einfach, ähm, autark ohne PC aufnehmen. Dann einfach direkt auf eine zusätzliche SD-Karte, die man sich dann holen kann. Darauf auch gleich noch zu sprechen. Ähm, und dann zum Beispiel das Gameplay beim Kollegen mit aufzunehmen. Und dafür ist ja diese kleine Tasche mitgeliefert. Hier sehen wir die ganzen Kabel. Hier zum Beispiel ein, ähm, AV-Kabel. Ähm, das ist das, äh, ich glaube, das ist das, genau, das ist das PlayStation-Kabel, das PlayStation-Komponenten-Kabel, was man benötigt, um von der PlayStation 3 aufzunehmen. Und es ist wirklich alles dabei. Einzige, was zum Beispiel fehlt, wenn man über einen PC aufnehmen möchte und man hat keinen HDMI-Bildschirm, sondern zum Beispiel ein, ähm, ja, was sind das hier noch? VGA-Ordnenschlüsse, ne? Oder DVI. Dann braucht man natürlich noch dementsprechendes DVI auf HDMI-Kabel. Aber ansonsten ist da wirklich alles mitgeliefert, was man wirklich braucht. Und, ähm, ja, man kann man quasi dann direkt losstarten. Wie gesagt, das Gerät funktioniert auch komplett ohne PC autark. Wenn man sich zusätzlich eine SD-Karte holt, zum Beispiel 8 GB, 16 GB, je nachdem, ähm, wie lange man Material aufnehmen möchte, kann man diese einfach in das Gerät einschieben und dann, ja, ohne PC aufnehmen. Natürlich, wenn man später das Material bearbeiten will, braucht man natürlich dann eh später wieder einen PC. Aber ist natürlich ganz gut, wenn man zum Beispiel den PC nicht gleich neben der Konsole stehen hat, zum Beispiel die Konsole im Wohnzimmer hat oder so, dann kann man natürlich das Gerät einfach, ähm, ja, quasi im Wohnzimmer aufnehmen, die SD-Karte raus, in den PC reinschieben und dort hat man dann sein Gameplay-Material zur Verfügung. Ähm, ja, dann für mich das geilste Feature überhaupt vom ganzen Gerät hier, während ich euch gerade nochmal die schöne Folie abgezogen habe, damit man sieht, wie das aussieht, hier übrigens, das ist dieser Hot-Button. Wenn man auf diesen drückt, startet sofort die Aufnahme. Das heißt, ähm, ja, wenn man gerade irgendwas Geiles im Spiel erlebt oder so, einfach ganz schnell diesen Knopf drücken und ab dem Moment läuft dann auch die Aufnahme. Hier sehen wir die ganzen Anschlussmöglichkeiten. Einmal HDMI-Eingang, HDMI-Ausgang, Audio-Eingang, Audio-Ausgang und ein AV-Eingang, wo dann zum Beispiel die PlayStation 3 reinkommen würde. Hier sehen wir den USB-Ausgang. Dieser kommt dann an den PC ran, um, ähm, ja, das Gerät direkt am PC zu verwenden. Wenn man nicht auf SD-Karte aufnehmen möchte, dann kann man zum Beispiel einfach direkt auf dem PC speichern und dafür muss man das Gerät natürlich dann per USB an den PC anschließen. Ja, hier in diesen, ähm, kleinen, ähm, Schacht, da kommt halt die SD-Karte rein, wenn man, ähm, ja, ohne PC aufnehmen möchte, sondern direkt auf SD-Karte. Und, ähm, ja, was mich vor allem richtig gut überzeugt hat, äh, wozu ich dieses Gerät auch brauche, einmal natürlich, um zukünftig auf die PS4 aufnehmen zu können oder die Xbox One, aber um auch PC-Gameplays capturen zu können. Und, ähm, ich hab zwar schon einen relativ guten PC, aber ich habe auch, wie viele andere Leute das Problem, ja, wenn sie ein PC-Gameplay zocken und dieses gleichzeitig auf diesem PC auch aufnehmen wollen, zum Beispiel über eine Softwarelösung wie zum Beispiel, ähm, FRAPS und der X-Story oder was es dort alles gibt, diese ganzen Programme sind natürlich relativ hardwarefressend. Sprich, der PC muss sich nicht nur darum kümmern, euer Spiel auszuführen, sondern, nein, er muss auch noch, ähm, ja, eure, ähm, das, äh, das Material im Hintergrund quasi auch noch aufnehmen und verarbeiten. Und das ist halt ziemlich anstrengend für den PC und dann brechen bei vielen Leuten die Frames einfach ein, weil der PC einfach beides gleichzeitig nicht kann. Das gleiche Problem habe ich auch. Und da kommt die Avamedia ins Spiel, man klemmt sie einfach quasi zwischen PC und Bildschirm, kann mit dieser direkt aufnehmen, ohne dass der PC davon quasi was mitbekommt. Und, ähm, ja, also man kann quasi 1-0-1 ganz normal weiterspielen auf dem PC und, ähm, gleichzeitig aufnehmen, ohne Performance-Probleme zu kriegen oder Einbrüche auf dem PC, weil dieser, ja, quasi von dieser ganzen Aufnahme gar nichts mitbekommen und damit gar nichts zu tun hat. Und das höchste Gerät ist für mich wirklich super geeignet. Ich kann damit jetzt alles in Zukunft aufnehmen. Ich habe das Gerät jetzt anderthalb Monate schon genutzt. Warum habe ich es jetzt nochmal neu ausgepackt? Ganz einfach, ich habe mein erstes Gerät, ähm, eigenverschuldend leider kaputt gemacht und trotzdem war Avamedia so nett, mir dieses Gerät kostenlos umzutauschen über Amazon. Und dafür auch nochmal Daumen hoch, dass das alles ohne Probleme geklappt hat, obwohl das ja eigentlich ein Eigenverschulden von mir selber war. Und, ähm, ja, jetzt heißt es wieder weiter Gameplays aufnehmen. Ihr habt eure Frage beantwortet, weil ich bekomme öfters mal Fragen, hey, Schmuser, womit nimmst du deine Gameplays auf? Also ich mache es, äh, aktuell mit der Avamedia Live Gamer Portable. Sollte sich ja in Zukunft was ändern oder so? Dann bekommt ihr natürlich Bescheid hier auf dem Kanal. Viel Spaß, bis dann, euer Schmuser.